Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft Mini-Craft 64 Und ich muss euch was sagen Was ganz Schlimmes Ich werde quicken, macht keinen Spaß Ich bin gerade im Moment, also ich bin einfach total unmotiviert Das ist jetzt wieder alles aufzubauen hier mit den ganzen Items und so Ich habe voll keine Motivation Oh, obwohl man nicht mit Glas eingebaut Versteh ich nicht Ich bin echt so froh das jetzt aufzubauen Ich weiß nicht wo mein Boden ist, was ist das Problem? Mein Boden Ist er hier reingekommen oder was? Vorsentlich Die Folge seht, die bei ihr geht es dann irgendwie zu Silvester oder so Na, ich weiß hier Bescheid Das ist ja normal Ist ja normal Ah, oh scheiße man Oh Gott, ich habe keine Decke mehr da oben, ey, scheiße Ach du Scheiße, das reicht ja gar nicht, ey Wo ist denn das ganze Theorid hin? Ach, reicht das doch Das reicht, ey, wow Geil Ähm Ich will das nicht wieder aufbauen, jetzt sind wir zum Ernst Ich weiß nicht mehr wie es ausgesehen hat Oder es hier rückgemacht wurde hier Ist ja nicht ein bisschen übertrieben Weil ich meine, ich habe eigentlich nur Schilder hingesetzt Bei mir wurden ganze Blöcke abgebaut und ja, allgemein zueinander gebraucht und so Finde ich es nicht so geil ehrlich gesagt Das ist ein ganz anderes Verhältnis Das ist keine lineare Funktion Ach man, so ein Scheiß Scheiß linare Funktion Wieso schafft das ich mir einfach ab? Ich glaube wieder eine Legation Oh man Ich weiß nicht wie es ausgesehen hat hier, ne? Wo ist die Fackel kaputt? Hier kommt Holz rein Was weiß ich noch? Da bin ich mir sehr sicher Das war hier, ne? Von mir rein, auch Essen, ne? Gebe mir einen Apfel Mal über was wie ein Goldtimmer oder so Hattet ich glaube ich gehabt, na? Und hier? Da hab ich eine Beetroot hier gehabt, ey Von außen Ich weiß es nicht Was hab ich denn da gehabt? Redstone hab ich hier gehabt Gold Gold Ja Ja Was ich hier sah Ähm Guck die Fisch Loll Okay Tja Pumpkin kam hier hin, ne? Ja Ich kann so was hier zieht hin Was hier entzieht Ja Sehr gut Hier haben wir ein Granit hin Gravel kann ich immer rausnehmen Was poliert das hier Äh so Hier haben wir Kies rein, na oder? Hier kam Kies Jetzt kommen die hier oben rein, ich weiß es nicht mehr Kuppelstone Kuppelstone Bin nicht mehr vorhanden Warum? Dirt? Bisschen Dirt? Jo Ich hab ja Flint gehabt, das kann sehr gut sein Ich bin nicht mehr hier rein Jetzt kommen wir mal da rein Wolle, guck hier hin Ich glaub hier in den Schnee Ja, guck mal hier in den Schnee ganz kurz rein Ach ne, ich roll das wieder ab, ey Ach man, wie ich denn blöd Ich sag mal, wo ist mein Redstone dust? Ja Ähh Weed Moment Was war hier drin? Ach, was ist die Eko technisch ist, ne? Was hab ich denn da gehabt, ey Was hab ich denn da gehabt, ey Was hab ich denn da gehabt, ey Ehrlich, ich weiß es nicht Ein Räumeetable oder so Ich bin mir nicht sicher Na ja Na ja So Kann ich das nochmal anders machen, hier? So So was wie Steinprodukte hinbauen Das wäre ne Idee So 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 was wie ein Messerstein oder sowas hier rein Einfach Ist einfach ganz gut Ich hab noch ne Chest Ähh Glas Was Ich hätte kurz Dekoration machen Ich geh mal White Wool So Ähm Das da John Flynn Wo kann noch ein Flynn hin? Weiß sowas wie Crab Das ist ja gar nicht in die Crab Kiste Das ist ja gar nicht in die Crab Kiste Die sagen wir mal hier rein Wird einfach noch nicht da oben hin, oder? Hier Wir kommen da hin Dann hätten wir es zum Glück Ich bin ja hergerichtert, ey Gott sei Dank Okay Dann wäre es das gewesen Von dieser Folge Minicraft Tag Vor allem ganz gerne Wenn wir eben den Schnee ab hier Dann wäre es das gewesen Wenn dir gefallen hat, dann lasst eine positive Erwertung da Abo nicht vergessen Und tschüss! Drei Mal Und das ist das Drei Mal Und das ist das Drei Mal Drei Mal